Jo, hi Leute, hier ist euer Müssoganschön, mein Name ist Rafael und willkommen zu einem neuen unboxing video und diesmal zu Fatsday Night Heavens Feel Ich glaub das ist sogar ein Film, der war, ich glaub was hab ich dafür gezahlt, 60€ oder 50€ So eine Art Sammelschuber mit DVD und so Allgemein das Cover hier, gefällt mir sehr sehr gut Sehr gut, also echt nice, echt nice Hinten kann man ungefähr sehen, was passiert Spielzeit von 120 Minuten, also 2 Stunden Ich denk mal, dass es ein Film ist Weil bin ich jetzt grad nicht so sicher Aber das ist jetzt auch egal Das ist jetzt auch egal, nehmen wir das raus Sehr schönes Cover hat es Genau, hier ist so ein Buch Schauen wir uns dann nach an So als Spezial halt Und Also man sieht, da hat man sich Das kann man jetzt weg machen Was man hier sieht, hier Das ist da hier, die 16 Weil ich mag das nicht so sehr Das ist man direkt weg Weil auf einer DVD hat das nicht zu suchen Die 16 Tum einfach mal hier die 16 Das ist auch egal Für mich persönlich hat es nicht zu suchen Auf einer DVD oder irgendwo die Speziale Edition Also weil es Das vermasselt einfach als könnte die 16 Aber es ist nicht so schlimm Okay, hier ist halt Ich weiß nicht, was es für ein Zeichen ist Das sind zwei originale Soundtracks Und einmal hier Und dann mehrere DVDs Ne, nur eine Okay Das ist wahrscheinlich ein Film Cool, dass es Sonntags drin sind Das kann ich mir später mal anhören Sehr nice Ist noch ein bisschen dicker Natürlich Hier Auf Blu-ray Und die Sache ist halt Ich sag's euch Wenn ihr jetzt das hier Irgendwo im Laden seht Für 50, 60 Euro Kauft euch das sofort Bei dem Internet Kosten die schon Fangen die schon bei 80 Euro an Oder verkaufen sie für 100 Euro Und das ist halt echt viel Geld Sehr, sehr viel Geld So, schauen wir uns mal das Buch an Sehr, sehr viele Bilder Also sehr, sehr schöne Bilder Natürlich Ich stehe noch ein paar Sachen Was ist denn das? Aha So Art Wallpaper Sehr nice Man kann jetzt sagen Nichts drauf Schreiben oder so Für mich persönlich Muss ich sagen Ist das Buch Total unnötig Aber ist ein schönes Extra Weil Was Will man mit so einem Buch Überhaupt machen? Das ist halt die Frage Was will man damit machen? Sich die Bilder Kann man sich einmal angucken Und fertig Ja Hat sich das doch erledigt Genau Da sind dort Oh, okay Das Ja Das ganz hinten Credits Okay Genau Das ist es Das Buch sieht sehr, sehr schön Also das Booklet Oder Artbook Achso Artbook heißt Zeichenbuch Oder Gefällt mir sogar sehr, sehr gut Also schönes Extra Auch Und dickes Extra Aber schönes Extra Hat 50 Euro gekostet Natürlich hat es nochmal so ein extra Sammelschuber DVD Mit Soundtracks Und der ist für 50 Euro Ja Ist in Ordnung Es gibt es ja Länder Da ist ja Da sind die Anime Sehr Viel viel teurer Oder zum Beispiel in Japan Sind auch viel viel teurer Und Deshalb kann ich mich Ich kann mich sowieso nicht beschweren Weil ich beschwere mich auch nicht Weil ich habe jetzt schon 5.000 Euro Für Allein für die ganzen DVDs Ausgegeben Finde ich jetzt nicht schlimm Ja Ich hoffe euch hat diese Folge gefallen Und jo Bis zum nächsten Mal Ciao